So, kleine Geng, du bist da schon wieder rüber geklettert, ja? Du siehst, Bär? Also, jetzt zieht ihr gleich alle zusammen in ein großes. Machen wir ein Dreiernest, ja, eine kleine Dreier-WG. Ihr könnt hier schön zusammen kuscheln. Und schwuppstiwupps bist du das Größte. Hier, Oktifirst, kleines Oktifirst. Dann überlegen wir uns nachher mal noch Namen, ne? Oder gucken wir mal, ob der Steffi noch was eingefallen ist. Gut, jetzt zieht mal rüber. So, Oktifirst schon drin, ja. Und jetzt kommt das nächste Muggelchen. Achtung, fühlt sich an, als ob du das Große bist. Schön warm seid ihr jedenfalls. So, ja, gucke da. Mh-hmm. Können wir? Du auch noch, ja. Aus zwei mach drei heute, ne? Mh-hmm. Ui, da kam gerade noch ein toller Schiss. Hab ich gesehen. Den gucke ich mir gleich noch an. So. Ja, bockt die mal in die Mitte, hm? Ja, prima. Sehr hübsch seht ihr miteinander aus. Okay, gut. Wummelt euch mal erstmal kurz einen Moment ein. Dina müsste nämlich mal schleunigst duschen. Hm? Ja, toll macht ihr das. Ganz klasse. Okay, gucken wir mal noch das Kacki hier an. Sehr gut. Okay. Gut, ihr Miggi-Mäuse. Erstmal ankommen, ne? Ja, prima. Ja. 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 Vielen Dank.